Oh, nein, 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 Leute, das ist gemein, das ist so fies, ich konnte doch nicht ahnen, dass ihr beide auf einer Lane seid, ey, es ist so gemein. Ihr seid, Alter, ja, ist doch, ist doch in Ordnung. Rücken an Rücken, Patrick, so muss das sein. Ja, natürlich. Ich bin jetzt mal geil, wenn man bei euch mal hört, was der einkloppt. Penis, Penis, alles klar. Patrick, du bist doch nicht echt rausgegangen. Er ist rausgegangen, hat auch gesagt.